Etanu Mahapro, all die Liebe, die kam in Jagas Herz und der ist am Boden gerollt und hat geweint und war völlig in Ekstasi. Und Madar hat zugeschaut. Wir sind Brüder, wir machen alles zusammen, wir haben sämtliche Sünden gemeinsam begangen, wir haben unser ganzes Leben gemeinsam verbracht, aber jetzt er hat Prima und ich nicht. Oh Mahapro, gib mir auch deine Prima. Mahapro sagt, no, ich kann es dir nicht geben. Es geht einfach nicht. Du hast meinen Miteinander geschlagen, ich kann dir eine Prima geben. Aber Miteinander, wenn er dir vergibt. So, Madar ist miteinander zu den Füßen gefallen, hat um Vergebung gebeten, miteinander aufgehoben und umarmt. Und Madar ist auch am Boden gerollt, voller Ekstasi, voller Tränen, voll so. Und dann alle heim zusammen. Dann Mahapro sagt, ok, jetzt machen wir kippt.